Der zieht mich immer wieder rüber, ich weiß, aber lenkt mal komplett raus, ja, so, und jetzt versuch mal. Du musst hier ein bisschen raus, ne, da geht's. Wichtig ist, dass du jetzt hier nicht in diese Spur wieder kommst. Ja. Meine Bremse ist teilweise ganz hart, was ist das? Kaputt, ne? Hast du noch Akten für alle Bälle hinten? Ja, ja. Ist er da? Ja, versuch, wenn nicht, dann gerade noch in der Bälle. Okay, also dann versuchen, da hin zu kommen. Versuchen, einfach hier in die Bälle zu kommen. Ja. Ja mach 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 Ja mach mach Ja mach mach Schau mal!